So, hier rein, da rein. Das liegt halt auch an der Konstellation. Wenn es kein Geist ist. Ne, verfallen. Ich werde aber zum Geist. Ja, scheiß. Kann ich schon rein? Jetzt. Ja. Ich finde das mit diesen Doppelten irgendwie... Ja, du musst dich quasi mit zwei Leuten kümmern. Ja, genau. Einfacher macht das nicht. Ne, aber trotzdem. Du wirst immer den da gerade zur Auswahl. Reifen, ach da haben wir doch den Rindfauber. Ja, würde ich auch sagen. Oh, mit Vögeln. Lieber sehen wir jetzt einfach mal. Genau. Ja, das war auch das Einzige, das gut gepasst hat. Da muss ich mal hin. Ich hatte auch schon Spiegel, wo gar nichts passt. Schlangenäpfel. Typ mit Laterne. Ich bin nicht jetzt schon rar. Verstehe ich. Also ich finde, ja, auch wenn es vielleicht keinen Sinn macht. Aber Schlangen sind giftig. Rote Äpfel stehen immer für Gift. Und diese Tante, die da steht mit ihren kleinen Fläschchen und Tegelchen und hier und da. Könnte ja auch eine Giftmischerin sein. Und sie hat einen Hut auf. Und der Typ auch. Weißt du, wen ich meine? Ich weiß ja nur meins, aber ich bin noch nicht überzeugt. Ihh, eine Ratte. Okay, ich gucke erst mal noch bei dir mit. Vielleicht finden wir da erst eine Ratte in der Birne. Okay. Birne mit Vabeln. Oh, gut. Oh, jetzt läuft die Zeit. Oh je. Das ist aber gar nicht gut. Aber macht die eine, macht die nicht Parfüm? Ja, das würde doch. Ja, aber das passt zu dem letzten Bild, was ich jetzt bekommen habe hier. Weil da unten so Flakons rumstehen. Oh ja, stimmt. Also. Ist die schon mal raus? Genau. So. Dann haben wir bei dir immer noch. Also bei der Hauswirtschaft, also bei der, mit dem, bei dem Bild mit der Birne und der Ratte wäre ich eigentlich schon fast bei der Hauswirtschaft. Ganz rechts, ne? Ja. Ja, klar. Die hat ja, da sind ja auch Birnen drauf. Sind doch Birnen, oder? Oder das sind Äpfel, glaube ich, oder? Ach, ähm, Kartoffeln. Oder Kartoffeln, aber sehen aus wie Birnen. Ja. Ja, ich finde auch. Okay, dann haben wir noch. Bei dir ist immer noch. Da ist immer noch der, ja, Moment, was haben wir denn jetzt noch über den Koch? Die mit dem Wollknoll, könnte natürlich wegen den roten Äpfeln. Mhm. Aber unser Geist hat's nicht mit Farb gegeben. Hat's nicht mit Farb gegeben. Vergiss die roten Äpfel. Aber wenn der Geist, wenn der Geist, wenn der Geist keine, äh, keine Mittel mehr hat. Ja, dann könnte er, weil es könnte er auf die... Dann könnte er auf die Äpfel sehen auch aus wie Wollknoll. Mhm, genau. Deshalb nehme ich das. Und die Frau hat einen Hut auf. So. Alle richtig. Ja, guck mal. Gott, ey. Sag mal, wenn ich so einfach so durchschaufe... Tja, wir brauchen das Buch. Ja, ich brauche nicht. Boah, genau das war's nicht. Schreckend, ey. Ja, gut, aber das macht ja langsam auch die Übung, die wir jetzt so ein bisschen haben. Ich fühle mich ein bisschen ertappt hier. Aber das ist doch der Sinn, dass wir... Ja, ja, ja. Sollen wir das nicht irgendwann anders anwenden? Dass wir die anderen immer besser durchschauen. Die Denkweise durchschauen. Oh, das Zimmer hier kenne ich aber auch noch nicht, dass diese Wäsche, diese Waschküche... Oh, warum habe ich das eben weggegeben? Und auch der Gang mit den Büchern, der ist auch neu. Und die Küche hatten wir, glaube ich, auch noch eins. Das kann sein, das weiß ich jetzt nicht. Die habe ich in dem Video mal gesehen, deshalb kann ich das gerade nicht vorstellen. Ja, also ich meine, die sagten mir gar nichts. Aber diesen Gang mit den Büchern finde ich schon mega. Finde ich total cool. Oh, zwei Karten. Alma hatte eine Vision. Mit zwei Karten. Der Brunnen fällt mir da auf. Ein Brunnen? Aber wo siehst du denn da bei den Visionen... Was? Wo siehst du denn bei den Visionen... Du bist immer an der Stelle abgekackt, aber ich glaube, du sagst Brunnen. Brunnen, ja. Wo siehst du bei den Visionen? Ich sehe gar keinen Brunnen, aber den muss ich ja auch nicht sehen. Ich muss den ja nur spüren. Ne, komm. Sag jetzt nichts. Das ist einfach... Das passt mir so vom... Also diese... Diese komische... Oh, ich habe aber sofort was für dich da unten. Der unterste. Das ist ganz klar, das mit dem Brautkleid. Ach ja. Ja. Da können wir das, glaube ich, drauf einigen. Ja. Da ist die Truhe drauf und da ist das weiße Kleid drauf. Ganz easy peasy. Ganz easy peasy. Ähm, okay. Und bei dem anderen wäre das für mich tatsächlich irgendein bisschen diese Küche. Weißt du? Wie kommst du da auf Küche? Na ja, sie hat da... Das Mädchen hat da auf den Korb mit den Mampf-Sachen. Ach so. Aus der Küche. Und eine Küche ist in dem Haus. Da ist jede Menge auch ins Haus, da steht das Holz, ist also jede Menge auch da drin. Oh. Oh. Nee, dem kann ich noch nicht so folgen. Für mich ist es... Also bei mir ist das oberste der Brunnen für mich. Der Stiefel weiß ich zwar nicht so genau wieso, aber... Ja, okay, okay. Das andere ist aber halt so baldmäßig. Ja, dann muss ich mich vom Brunnen verabschieden. Ja, mach's mal. Ja, nee, nee. Also ich denke schon, weil das passt, glaube ich, zu nichts anderem. Ja. Dann warte ich noch auf den anderen, bevor ich hier eine Entscheidung treffe. Das Mädchen hängt dann irgendwo im Spiegel. Aber auch nicht, ne? Okay, Moment, da haben wir uns. Äh, puh. Da könnte jetzt die Farbgebung eine Rolle spielen, weil es, weil es irgendwie ja so wenig Sinn ergibt, gerade. Also da wäre das eigentlich eher die... Boah, das ist echt schwer. Das mit dieser, äh... Warte, da ist noch ein zweites Bild. Musik. Ach, das ist noch ein zweites Bild. Ach so, das hab ich noch gar nicht. Ich hab das auch gerade, das ist so ein Zufall, irgendwie wahrgenommen. Ich hab, ich hab, äh, übrigens dieses Bild, äh, letztens auch, da habt ihr ja auch ein bisschen falsch gedacht. Ähm, jetzt sind, in dem Fall, jetzt spielt es keine Rolle, aber, ähm, ich hatte es genommen, die Notenschlüssel, als Schlüssel, als Symbol für Schlüssel, hab ich es quasi. Mhm. Weil ich da auch nichts anderes hatte, deshalb, hier haben wir jetzt keine Schlüssel, aber, äh, ich wollte das nur mal erwähnen, um meine Denkweise manchmal auch noch. Wolltest du das nur mal erwähnen, um mich noch komplett noch mehr zu verwirren? Äh, nein. Äh, doch. Aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, bei mir bezieht sich alles auf diese Türen da, alles mit dieser Flur, mit den Büchern. Der, da bin ich ja auch, da ist das erste Bild für mich auch von der Farbgebung her. 30 Sekunden. Ja, ja. Beeil dich, du hast ja was auf. Ich würde tatsächlich die Wäscherei oder die Waschküche nehmen, weil da kannst du dich spiegeln. Und das Mädchen, das sieht aus, als wenn die da auf den Spiegel. Roman, äh, Roman, jetzt, ähm. Waschküche, Waschküche! Okay, kriegst du die Waschküche. Oh Gott, wenn das jetzt falsch ist. Dann bist du schuld. Oh, scheiße. Hoppla. War so klar. Oh je, oh je, oh je. Eieieiei. Dann war der Brunnen bestimmt doch... Ja, ne, der Brunnen ist ja weg, oder? Hey. Ja, der Brunnen ist... Den Brunnen, den haben wir aus... Ja. Okay. Okay, ich warte auf Hinweise. Ich habe keinen, das schon. Das mit dem Bautkleid war also auch nicht richtig. Oh, wie viel? Ach, ich? Ach, da oben? Okay. So, ist man denn da? Oh, Hilfe! Visionen über Visionen. Ähm. Also meine erste, ganz oben. Ja. Ja, genau. Könnte entweder wieder, entweder wieder dieses Richter-Ding sein, weil guck mal, der hebt die Hans schildkröte auf, der Richter sitzt da oben. Auf der anderen Seite könntest du aber auch ganz hinten die beiden Jäger sein. Ja, die Jäger, genau. Die Jäger würde ich im Moment sogar noch eher... Würdest du eben was? Die Jäger würde ich eher... Echt? Ich würde eher den Richter nehmen. Aber den zweiten finde ich viel einfacher, dann wäre nämlich der Keller, der Weinkeller, oder beziehungsweise der... Also ich nehme bei dem ersten den Richter. Und der zweite, was hast du gesagt? Der Weinkeller. Der Weinkeller, ja. Ja. So, da haben wir... So, was hast du? Oh, Schuhe! Moment, hier hatten wir ja auch noch... Wie gesagt, beim ersten Mal habe ich das... Hab ich das Bild hier verpasst? Da war ja noch ein zweites Bild bei. Ja, das ist das Bücher-Dings. Zweimal ist es eine Tür, die da auf ist. Und das eine Mal diese Ritterschwert und so, das... Ja. Das habe ich eben aber übersehen, das Bild mit dem Schwert. Habe ich gar nicht... Ich tatsächlich auch. Ich habe das nicht gesehen. Da hast du wahrscheinlich auch das Übersehen bei dem Rotkleid, oder? Da sind auch zwei Waren. Das habe ich dann auch übersehen, ja. Ja, sonst wäre es nämlich... Egal. Es fehlt noch eine Vision, ne? Es fehlt noch eine Vision, ja. Ja. Guck mal, die Küche ist immer noch frei. Immer noch das Recht zuerst. Die Küche ist noch frei. Küche ist frei, Brautkleid ist frei. Ja. Das Mädchen hat das Brautkleid und das Fenster da hinten ist wie in dem Baum. Dann ist da... Ja, ist doch so. Ja, das könnte... Ja, ist doch so. Ja, das könnte tatsächlich sein. Und es ist ein Dachgeschoss und das Haus hat auch so eine Spitze. Ja. Entschieden. Oh mein Gott. Ja, immerhin. Ei, 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 ei. Wir haben ja noch vier Stunden und alle sind auf der letzten Stufe. Das sollte ja wohl mit dem Teufel zu gehen. Vielleicht war es doch der Jäger. Ich dachte mal. Ja, ich war ja schwer für den Jäger. Ja, ich weiß. Okay, das hat jetzt wieder nichts mehr mit dem Jäger zu tun. Ich sage so, nee, das hätte wäre was mit den Huhnen wie... Eher mit den Hunden, ne? Ja, dann geht es wahrscheinlich um die Tiere und die Strecke, das sieht so aus wie so eine Rennstrecke. Die Strecke, Hunde, der eine ist. Ja, ja. Oder dieses Band, das so, diese Ziel... Ja, genau. Das Schwarz-Weiß-Karierte. Ja. Und da geht es ja auch um Rennen. Das hätten wir eigentlich schon beim ersten Mal so durchblicken können. Ja. Eigentlich, ja. Boah, ich habe keine Karten, wenn die passen. Tja, und keine Raben mehr. Komm schon, du musst noch drei Leute durchs Ziel bringen. Vier. Aber ich bin beim ersten auch sicher. Die Rennen waren es. Okay, deshalb verteilt sie jetzt schon etwas mehr Karten wieder. Damit sie mehr los wird. So, das könnte der Rechter sein. Weil... Da scheint auch Licht rein von der Seite. Bei der zweiten. Stimmt. Genau. Das ist der Richter. Ja, glaube ich auch. So, was haben wir da auch? Da fällt zweimal etwas Leuchtendes auf. Das könnte der Polizist sein. Guck mal, da liegt... Lied Papier, Buch, der hat einen Hut auf. Und andere sieht da auch ein bisschen aus wie... Es ist halt, ne? Gerichtmäßig und... Also ich... Keine Ahnung. Genau, keine Ahnung. Aber ich würde tatsächlich... Ja, ich würde den Polizist nehmen. Ich gucke jetzt erst mal das zweite. Ich gucke jetzt erst mal das zweite. Da haben wir eine Vogelschirche plus... Also es sieht eigentlich ziemlich der Wald. Vielleicht ist das... Vielleicht sind das die Jäger. Auch wenn es jetzt hier ein düsterer Wald ist, aber das ist ja... Aber könnte sein. Oder ist es die Farbgebung mit... Dann wäre es das zweite Bild. Ne, das dritte. Ja, und die Augen, ne? Guck mal. Die Augen und von dem... Auf dem dritten Bild, der Typ, der hatte die Augen... Und was sie da hat, weiß, dann bin ich rot. Hm. Ähm, Moment, wo bist du? Bei dem... Ach so, ich bin bei dem ganz anderen. Ach so, ich bin bei dem ganz anderen. Oh Mann. Die Augen, ja, die Augen könnten das sein. Aber das andere Bild passt dann eher nicht so gut. Ne. Das passt eher tatsächlich zum Polizist. Finde ich. Oh, noch 30 Sekunden. Zwei Leute, komm. Ja, komm, dann machen wir hier. Obwohl das hier wieder tanzen. Keine Zeit mehr, keine Zeit mehr. Ich hab die ganz ruhig frei. Aber das ist schwierig. Jäger oder tanzen. Das ist, äh... Jäger. Jäger. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Verdammte Hacke. Okay. Ja, wir haben ja noch drei Stunden. So schön. Oh mein Gott. Okay, mir fällt gerade was anderes. Ähm, bei dem zweiten, bei meinem, der noch übrig ist. Da könnte das vielleicht tatsächlich sein, dieses, äh, der Typ mit dem, wo die Scheune brennt. Weil da steht nämlich auf dem, auf dem zweiten Bild steht nämlich auch, die Tür weit offen und da kommt jetzt gerade Licht raus. Ja. Und da steht jemand vor, das könnte das hier sein. Stimmt, stimmt, stimmt. Stimmt. Ich warte aber noch auf den Hinweis. Aber es könnte das sein. Ja. Oh, wieder zwei Hinweise. Oh je. Oh, tanzen. Tanzen, Party. Jawohl. Abgebung. Tada. Tada. Ja, ganz klar. Oh Mann. Keine Karten mehr. Ja, das ist Feuer. Das ist ganz klar. Die Kerzen, da ist Feuer dran. Da brennt die Scheune. Da brennt die Scheune. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Das fährt echt noch der eine. Also der Richter ist noch. Und die Jäger. Der Richter und die Jäger. Das geht nicht gut. Das könnte ein Buch sein. Der Richter und die Jäger. Das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Warte mal. Richtig. Jäger. Oh mein Gott, ey. Das ist doch klar. Jäger. Was meinst du? Jäger. Oder? Ja. Jäger? Echt? Ich fahr jetzt bei Richter. Oder? Aber ja, nimm. Ich weiß es nicht. Ich doch auch nicht. Ja, immerhin. Oh, einmal wieder, ne? Nö. Das ist unser Song. Okay, dann bleibt ja nicht mehr viel über, wa? Ich glaub, da brauch ich gar keine Karte mehr. Dann nehm ich einfach mal den Richter. Ach, mach. Ja, was ich ja gesagt habe. Aber da du ja nicht immer recht hast, hab ich mal was anderes genommen. Da ist was dran. So, was hab ich denn da? Obwohl noch nichts zum Kratzen da ist. Aber sowas von. Was da wird, ja. Du traitois. Okay. Aie 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 Heu... Simon est là Oh, Simon est là Aie 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 Wollen wir irgendwo in Kronleuchter oder ne? Kronleuchter oder ne? Kronleuchter oder ne... Irgendwie... Irgendeine Art von... Licht... Heieiei, das ist aber schwer... Das ist tatsächlich schwer... Ne, eigentlich gar nicht... Oh warte mal... Das ist mit Brautkleid... Ja, Cinderella hier... Cinderella tanzen und... Das ist das Brautkleid... Ach so. Also ich sehe jetzt hinten die weiße Frau und die könnte das Brautkleid darstellen. Ja. Aber wo ist denn das Geld und der Fisch? Ja, wo ist das Geld? Das ist die Frage, die man sich immer stellt. Das wäre eher bei dem Gold. Das wäre ja eher bei dem Rennfahrer. Aber da passt alles andere nicht. Aber vielleicht ist das Geld ja geklaut und deshalb steht ja vor Gericht der eine. Ah. Oh, und Glas? Das Ding ist aus Glas? Und bei dem Brautkleid mit Glas? Genau. Also das wäre jetzt so mein... Ja. Ansonsten. Okay, nehmen wir es. Also war das... Ich bin jetzt gerade noch am gucken, ob es noch woanders drauf irgendwie passt. Also auf das erste gar nicht. Nee. Oder? Ja gut, man könnte Geld verdienen in den Bett scheinen. Das könnte man. Aber das andere passt dann. Das andere passt aber nicht. Obwohl der Brunnen, da könnte der Fisch drin sein. Ja, stimmt. Und dann könnte dann auch wiederum der Kürbis für die Haushälte sein. Der Kürbis. Ja, stimmt. Ja. Eigentlich noch eher als bei dem anderen. Mit dem Brautkleid. Obwohl das natürlich sehr an Cinderella erinnert. Ja, ich finde das mit dem Brautkleid... Inaktivität. Ich finde das mit dem Brautkleid allerdings schon sehr auffällig. Also... Boah, Haushälterin oder... Oder... Ich würde das andere nehmen. Welches andere? Ja, die... Brautkleid. Brautkleid, ne? Ja. Boah, oder? Ja. Doch, das würde ich nehmen. Okay, komm, Brautkleid. Okay. Boah. 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 Oh, jejeje. What? Witzig, ey. Oh, jejeje. Oh, jejeje. Ich dachte auch immer... Oh, mein Gott. Kürbis und Kochen. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Und ich mir eben noch schön verraten. Oh, ich trotte. Verraten? Ja, ja, ja. Hast du die zwei Karten bei dem Brautkleid auch nicht gesehen? Ups. Ach so. Ja. Ich habe gar nicht mehr dazu gehört. Weil ich so schön das Haus hatte für Dachboden und diese Scheibe, wo die reingeguckt hat, wie das Fenster von diesem Dachboden. Ja, ja, das habe ich dann ja im zweiten Versuch auch so gesehen. Deswegen dachte ich, das wäre eigentlich klar. Gut, wenn du das... Nicht klar. Vielen Dank.